Now I'm on the outside Ja, also da müssen wir uns gerne mal was überlegen Ja Zehn Sekunden noch Ja, Ofen sind alle leer Ist auch klar So Okay Gut Wollen wir hier weiter gehen oder erstmal essen finden? Ich würde sagen erstmal essen Okay dann Alles mitnehmen Okay So Wo geht's hier hoch, Anna? So Hier ist hier das Wasser Ja Das ist natürlich stressig hier wieder Hochzukommen Oh Gott, ich hasse Wasser Ich auch Vor allem wenn man dagegen schwimmen muss Ja So Ist da oben Nicht die Wasserquelle zu Ende? Doch Ich höre nur so'n Einfach hoch, ne? Ja Zombie Okay Wir müssen jetzt Oh, scheiße, ist doch Nacht Das ist nicht gerade Gut Ja, ich baue mich einfach nach oben Gucken mal, ob jemand über mir ist Aber müsste eigentlich nicht Ja Unwahrscheinlich Das vielleicht Decke Aber sonst Ja Außer wenn jetzt ein Skelett kommt Dann rast ich aus Ja Oh Oh, scheiße Ja Und Creeper, Creeper Nein Drei Herzen Oh mein Gott Fuck Oh mein Gott Wir müssen hier drin bleiben Lass erstmal hier rausgehen Ach, hier drin bleiben Ja, warte Ich hole eben noch die Kuh Hol du ein bisschen Essen Scheiß Unten ist eine Kuh für dich Okay, sehr gut Da ist wieder ein Creeper Da ist wieder ein Creeper Hast du irgendwas um ihn wegzuschlagen? Ja, aber Warte, wenn wir jetzt in der zweiten Folge sterben am Mops Ja, das wäre ärgerlich Komm mal bitte wieder zurück Ja, ich bin auf dem Weg Ich fühle mich hier nicht mehr sicher Alter Erste Folge ging ja, aber Jetzt Ja, warte Ich halte den Creeper ab Weil ich hab ja noch volles Leben Ja, ich hoffe Dass sie uns jetzt nicht gleich suchen Weil die sind ja direkt nachgejoint Ja Scheiße Sneak, sneak, sneak Lass uns einbauen Ja Also ich bin ja noch so gut wie voll Aber sonst Ja Wahrscheinlich haben die schon Ein Dia-Teil oder so Weil die sind ja ein bisschen früher gestartet Oder zumindest Dia-Schwert So Jetzt ist gebraten Weg, weg Abbauen Und sneaken würde ich sagen Sollen wir jetzt einfach graben Und ein bisschen farben Ich geb dir Rückendeckung Bäume kurz zu Ich sneak einfach mal Oh, das Das ist jetzt schon Spannender Ja Einfach grad drei Herzen Ich hoffe ja so Dass wir die Folge noch überleben Man kann so einen Titel schreiben Sterben wir in Folge 2? Ja Okay Ich hab auch heute schon Mehr auf dem Server gesehen Also halt das Das stand halt 2 von 20 und so Also ich hab halt schon mehrere Gesehen Einer ist nur alleine Glaube ich Weil ich Einer war halt alleine drauf Hm Das ist schon mal interessant Aber wenn Wenn sich das Bewahrheitet Dass der halt alleine ist Dann würde ich sagen Holen wir uns den, ne? Ja Zum Glück kennen die meinen Kanal noch nicht Sonst könnten die mich hier schon Aufspionieren Ja Ja, ich hab's gesehen Die Folge hab ich mir gestern Äh, heute Morgen nochmal angeguckt Hm Okay Das ist der Nachteil Ich muss immer kurz Endsneken Wenn ich runtergehe Nö Muss man nicht unbedingt Aber sonst fliegst du ja nicht runter Doch, du kannst dann ja springen Oh scheiß Mensch Mach mir mal bitte eine neue Spitzhacke Oder warte Hier, ich geb dir ein Die Eisenspitzhacke Okay, sehr gut, weil Ich will jetzt grad kein Risiko eingehen Ja Ich hoffe die Finden uns nicht Weil ich hab ja noch ein bisschen Diorid Und wenn wir Und wenn die uns finden Dann müssen wir direkt drauf gehen Nicht irgendwie wegrennen oder so Weil hier können wir nicht wegrennen Ne Falls jetzt gleich Hinter uns auftauchen Dann einfach direkt drauf gehen Ja 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 So Kann nur mal zugebaut Okay Einfach die ganze Zeit sneaken So gut es geht Also so oft es geht Ja Wir bräuchten eigentlich Essen Aber das ist jetzt erst mal Wichtiger, dass wir hier überleben Ja Vielleicht finden wir auf dem Bild Noch ein paar Dias Ja Welche höher sind wir denn? Neue, siezehn Ja Und dann können sie uns eh nicht mehr finden So gut wahrscheinlich dann noch Ja ich glaub Ich glaub gleich mal einfach Ein bisschen hier jetzt zur Seite Das ist eigentlich das Beste Wenn wir jetzt vielleicht Vielleicht finden wir ja wirklich Dias Was machen wir dann damit? Ähm So das ist 13 Ja Was machen wir damit in Dias? Äh Ich würd sagen Ähm Hast du noch Holz? Oder ein Crafting Table? Ein Crafting Table hab ich Ja den bräuchte ich mal kurz Okay warte komm zu mir Wo bist du? Hier Hallo Okay Ah Ah das Ja Ähm Ich mach schon mal die Diapig X Damit wir gleich Obsidiana bauen können Ne? Ja Warte Okay ich grab hier schon mal weiter Ja Also Die Eisenspitze ist jetzt auch schon Hälfte Ja Ich brate noch ein bisschen Eisen Haben wir gleich noch genug Okay Ich grab mal wieder ein bisschen weiter Was wir auf gar kein Ich hab grad was gehört Hast du irgendwas gegraben? Ja ich hab einen Block abgebaut Achso weil Da oben war ich wie so ein kleiner Grafikfehler Und dann war gleichzeitig dieses Abbaugeräusch Ich dachte schon die graben sich zu uns runter Hoffen wir's mal nicht Ja Aber ich muss grad feststellen Schei Okay wir haben noch fünf Minuten Oh Aber hier ist irgendwie so eine Art Höhle oder Schlucht Weil Hier ist die Decke irgendwie ein bisschen höher Okay Also zumindest ist irgendwie ein Loch Ich hoffe ich hab noch kurz Glück bevor wir Äh gekickt werden Wieso Dass wir nochmal Dias finden oder so Das wär nochmal gut Ja Hier ist noch ein bisschen Eisen Also wir dürfen uns auf jeden Fall nie nach oben bauen Sonst Gravel und wir sind tot Ja Zu 75% Ich hab mich fünfmal insgesamt glaube ich hochgebaut Und hab dreimal davon Gravel ins Gesicht bekommen Ja okay das wird Interessant Also jetzt Oh jetzt Lava Und so eine kleine Mini-Höhle Komm mal vielleicht sind hier Dias Folge einfach mal dem Weg Ja Oh Noch einer Joint Also es wird spannend Sneak am besten Weil du sneaks grad auch nicht mehr Ja Ich mach dich fertig Wie aggressiv die einfach sind Okay Vier Minuten haben wir noch ungefähr Komm mal schnell Ja Ich brauch mir nicht eine neue Spitzhacke Okay ja Moment Ich hab grad nur noch eine Holzspitzhacke Am besten Am besten korftest du und ich Grab die ganze Zeit Ja Ich bin hinter dir Ja Und du kannst auch noch das Eisen abbauen Wenn du willst Ich geh jetzt mal hier weiter Aber wir müssen ein bisschen aufpassen Wegen der Lava hier Die ist direkt unter uns Am besten nicht runtergraben Ja So ich hab dir eine Spitzhacke mitgebracht Okay Ja warte Meinst du dass wir hier graben sollten wegen Dias oder nicht Ich würd's versuchen Ja Wir müssen ja auf jeden Fall wegen dem Gravel ein bisschen aufpassen Ja Okay da ist grad schon ordentlich was runtergefallen Wir müssen uns dann gleich mal so eine kleine Base bauen bevor wir ausgereppt werden Also ein bisschen zubauen Nicht dass wir gleich direkt in die Lava fallen Wenn wir nächstes mal drauf chillen Ja Oh ein Flint Hm Ah diese ganzen Gesteinsarten hier Ich will Dias Ich brauch meine 15 verschiedenen Steinsorten Und dann haben wir nur Dias Ja Also hier könnten gut Dias sein Ich hab Gold Okay das ist gut für Goldäpfle Ja hier ist noch ein bisschen Eisen Aber Dias auch nicht Aufnahme mal Dass uns das Glück nicht schon wieder verlassen hat Mhm Okay ich seh grad dass mir mit dem Vater reinkommt Hoffentlich stellte mich jetzt nicht Wäre nicht so perfekt Dann muss ich mich ja nicht muten Und wer für den Rest des Partes gemutet Ja Hoffen wir mal nicht Haben wir noch Ich hab dir gesagt Ich bin jetzt kurz äh Nicht ansprechbar Okay Wir haben noch anderthalb Minuten Ja Ich begebe mich mal ein bisschen zu dir Dann können wir schon mal eine Base bauen würde ich sagen Ja ich mach mal grad nochmal eine Spitzhacke Also hier können wir wenn du den Weg jetzt die ganze Zeit folgst Ich hab so ein bisschen über die Lava gebaut dann Mh Äh Können wir uns hier eine Base bauen Ja ich baue eben kurz das Eisen hier ab Okay 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 Ja dann lass jetzt schon mal zubauen Mh Bau hier mal komplett So 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 Wir machen das mit Diorit davor oder irgendwie sowas Ja dann mach du mal ganz kurz Weil wir werden jetzt gleich gekickt Wir haben schon Full Dia als ob Als ob die schon Full Dia haben Ja bauen wir schnell zu Wir werden jetzt gleich direkt gekickt Ja Okay Sehr gut Okay Ja Wir haben jetzt nicht so viel geschafft Aber wir konnten wenigstens fliehen Und ich denke mal es wird spannend Ja Ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Part Und ja Ciao Tschüss